naja wir kommen zurück ich hätte noch mal aufladen können wir sind ja wir haben wir sind jetzt wir sind auf der suche nach erleben wir haben sie glaube ich mehr oder weniger kunden rausholen kann ich mich schwierig kann ich mich wirklich sein wird schon klappen kann es mal kurz das schloss hier öffnen ich habe genug loggpicks bei so dieses schloss jetzt geblinkt warum so würde ich das auch beschreiben ich muss doch hier die dinge hier da ja 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 ok ich stehe im weg deswegen musst du leider weg gut das heißt ich muss nur den anderen abstellen gut dass sie das so ausspricht was ist schon ein leben verglichen mit dem glauben alles mein freund alles ja und ich muss doch irgendwie überleben mein freund eine einvernehmliche ehe niemals vollzogen ok wenn man eine andere so gern ich habe ich finde aber noch nie so oft benutzt wie jetzt kann es sein so hier keine sorge ich erlöst dich wir haben den anderen aufgestellten sie steht auf sie ist nein jetzt muss ich ja noch befreien alter kandidaten überhaupt nichts alleine ich muss glaube ich niesen es gibt aber hier schön kaminen das finde ich gut schönen kaminen er ist alles fit alles fit ich bin bei dir alles okay ich krieg das wieder hin jetzt ist sie von der matrix getrennt wobei ich glaube jemand wollte dass du das kriegst was ist das lies lies es dein traum über new york wird wahr und ich bin es ich bin es die durch sie kommen wir an songbird vorbei wir suchen uns ein luftschiff und hauen ab booker harris elizabeth du wolltest doch immer nach wir gehen nicht denn wir werden comstock finden warum du hast gesehen wozu er mich macht das lasse ich nicht zu und was dann willst du ihn töten willst du jetzt moralisch werden booker du vergisst ich kenne dich ich lasse nicht zu dass du ihn umbringst wirklich booker wie willst du mich davon abhalten gar nicht weil ich es nämlich für dich erledigen werde ich bin ja schon eine weile hier wie lange lang genug also ich kenne den für dich gar kein problem aber könntest du dir das schloss für mich knacken was er von mir wollte das kacken nicht möglich ist das ist das öffnen echt dieses olle schloss ja ich bin ein bisschen unfähig auch bitte da sage ich nicht danke ich bräuchte was zum heilen glaube ich deswegen werde ich einfach mal den krampf fressen und es hat nicht so viel gebracht wie ich gedacht habe okay dann nehmen wir jetzt das gesundheitsinfusion die prozedur sollte uns sehr helfen bei den problemen die wir mit der kleinen hatten sobald das gerät implantiert ist führt jeder versuch ihrerseits den status zu verändern zu einem äußerst schmerzhaften elektroschock und wenn du jetzt noch dieses schloss knacken könntest dann würde ich den letzten schluck noch nehmen und dann geht das hier richtung finale glaube ich erledigt erledigt wobei ich glaube da kommt doch schon noch ein ganz schönes stück selbst wenn wir das luftschiff erreicht haben das ergibt keinen sinn alles hier ist eine schiffe die ich verstehe bis auf dieses symbol das ist ein käfig hat sie etwas darüber gesagt nein die hand of the profit fast ich weiß noch gar nicht genau wie ich zum ende da müssen wir uns keine sorgen machen so war haben wir noch weniger rückstoß für was ist das revolver nicht aber ist das alles andere schon auf maximum oder wird scheint so ne ja wir müssen irgendwie an bord bleib hier ich mach das wir machen das zusammen oder ich mach's allein so oder so ich muss wissen dass er gestoppt wurde oh David ihr kampf gegen die prophetie ist wie der flug eines steins aus einer steinsfreude aufregend der start atemberaubend die flug kurve und erschreckend der absturz wenn die schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht fertig wo ist denn das ding da auch witzig wie der ein versteht geh an boss das ist da in deckung anscheinend blindgänger das sind keine blindgänger sondern die die sind das ich du bist meine mit du 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 warst ein mittel zum zwingen die halt kaputt alter die 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 ja ich wollte nicht nachladen aber ich nehme kommt die wälfte er war ja nicht noch mal mit dem wasser verbündete nicht verletzten was ist ohne nämlich auch richtig wer hat jetzt nicht geschlossen springen gegner auf die bahn das ist auch knacken geht nicht was so wäre das kampf sehr gut okay dass er gibt sinne machst du nicht was soll ich denn jetzt mit salzen das war aber ich glaube schon gut dann er ganz kurz das schloss knacken neben überhaupt aufjagert hat er sich einer tun ist ja mache ich danke und das sind wie es denn schmiere ich bräuchte hier hilfe sie ist kinder leicht aus warum brauchst du dann das viele locktpicks für geschafft ein bisschen geld jetzt kann das kann auch nicht euer ernst sein dass hier ein bisschen geld drin oder oder habe ich gerade irgendwie blind das mädchen nicht dorthin zurück von wo wir es geholt haben müssen wir beide uns trennen wo er eine leere seite sieht sehe ich könig hier aber er ist mein bruder und so spiele ich meine rolle das alles mit tränen enden wird es endet immer mit tränen das wissen wir doch ich glaube wenn dieser youtube kanal irgendwann vorbei ist ja mein befehl ist hier zu dem schiff propheten hallo übersteuerung des mikrofons das gefühl das mikrofon ist schon wieder ein bisschen ich möchte mich mit dem kabel mal wieder auseinandersetzen hallo 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 sie ist ein bisschen angefregen meinst du meinst du es ist möglich was uns zu vergeben für das was wir getan haben vergebung weiß nicht was das bringen soll ok hast du angst vor gott nein nein aber vor dir meinst du meinst du Wir sollten... Ist das Ladung? Ne. Wartet ganz kurz. Ladung ist nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte... Versuch? Ja! Ja! Ja, glaube ich. Ist das da hinten? Ja, ne? Ich weiß, das hat es mir schon gegeben, Michel. Noch ein Kampfschiff links. Wo links? Von dir aus links? Von mir aus links? Welches links? Oh, da hinten? Hallo, hallo, hallo! Warte mal, wo ist es meins? Das ist das. Aber was ist das? Aber da ist es auch noch... Hey, du, ey! Wenn ich den nicht angreifen muss, greife ich den nicht an. Ich bin ein friedlicher Typ. Achtung! Da sind noch mehr! Dö, 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 dö... Dö, 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 dö... Nein, jetzt übersteuert es nicht mehr, ne? Ich würde einfach, dass es geht, ne? Auf einmal. Halter, äh, Dingdorf. Was hier für ne Stimmung ist schon wieder? Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Los! Mach! Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, aus! Zieh dir die Wette an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Hören Sie durch? Hier, lass uns helfen. Das braucht selten Mädchen! Verstecken gegen mir den Kopf! ich glaube das ist das erste mal dass ich jetzt hier nicht wenig ziehen ich will ja teuer aber das was ich auch wert danke sehr schön das war das was ich gebraucht habe jetzt muss ich zu liefern versuchte es nicht zu sterben wenn wir diesen wirtschaften könnten wir damit auf die oberen ich habe die saad des feuers gesehen die das so unter uns auf das kommen des herrens vorbereiten wird aber nicht ich werde das banner den berg hinauftragen diese aufgabe objektiert die skyline ist freiburger das gereicht und mit der freigemachten skyline werden wir uns ja auf dem weg nach oben kämpfen aber erst in der nächsten folge ich bedanke mich an dieser stelle fürs zu sehen wenn es gefallen hat da oben würde mich freuen wieder schreien und bis zum nächsten mal macht's gut und wenn das im ton ich hoffe das stimmt jetzt alles aber das sieht ganz